Hallo zusammen, das Bitcoin-Halving kommt Mitte April und steht jetzt also ganz ganz kurz bevor. Und wie bestellt ist Bitcoin auf über 50.000 Dollar geklettert und die meisten Krypto-Experten gehen davon aus, dass das Halving dann innerhalb des nächsten Jahres zu einem neuen All-Time-High bei Bitcoin führen wird. Und das Ganze basiert auf der Idee, dass sich alle vier Jahre die Rewards der Miner halbieren und sich dadurch das Angebot drastisch reduziert und dass dadurch der Preis dann eben hochgeht. Aber ist das wirklich real oder ist das nur ein Meme? Und in diesem Video möchte ich einmal drei Mythen um das Halving untersuchen, die ich immer wieder und wieder höre und die die allermeisten Leute auch glauben, die aber leider alle falsch sind. In Wirklichkeit hat das Halving eigentlich kaum einen direkten Einfluss auf den Preis und daher gebe ich auch eine Antwort auf die Frage, was beeinflusst denn den Bitcoin-Preis stattdessen? Und vor allem nenne ich dir die eine Metrik, auf die du jetzt viel eher achten solltest, als auf das Halving. Durch das Halving bekommen die Miner weniger Rewards und sind dadurch gezwungen, Bitcoin zu einem höheren Preis zu verkaufen. Und gleichzeitig geht das verfügbare Angebot durch das Halving runter und der Preis des Bitcoin steigt. Das Halving wiederholt sich ja zuverlässig alle vier Jahre und an dieser Tatsache lässt sich tatsächlich nicht zweifeln, weil der Bitcoin-Algorithmus dafür sorgt, dass das passiert. Und so kann man sich also auf den Halving-Effekt wirklich verlassen und es entsteht bei Bitcoin zuverlässig ein Bullenmarkt ab dem Halving, der dann seinen Top erreicht ungefähr ein Jahr später. So ist zumindest die Idee und wenn man sich mal den Preischart von Bitcoin über die gesamte Historie anschaut, also seit damals, wo Satoshi Nakamoto den ersten Bitcoin-Block gemeint hat, dann sieht es auch ganz so aus, als wenn das wirklich stimmt. Und ich habe hier mal in orange die Halvings als senkrechte Linie eingezeichnet, also in den Jahren 2012, 2016 und 2020. Und wenn man sich dann einmal die All-Time-Highs anschaut, dann sieht man, dass die tatsächlich immer im Jahr danach stattgefunden haben. Also hier 2013, 2017 und dann 2021. Und das Ganze ist sogar noch viel krasser. Die Bottoms danach waren auch jedes einzelne Mal ein Jahr später, wie man hier an den roten Pfeilen sieht. Und da scheint also wirklich etwas dran zu sein. Und basierend auf dieser Theorie sehen viele also das neue All-Time-Highs voraus für den 15. Oktober 2025. Also Mythos Nummer 1, stimmt das wirklich? Wenn man sich die konkreten Daten der Halvings und der All-Time-Highs anschaut, dann stimmt da aber irgendwas nicht. Es ist nicht nur so, dass die Halvings gar nicht so exakt vier Jahre auseinander liegen. Und das ist ja eigentlich auch erstmal überhaupt kein großes Problem. Aber die Market-Tops liegen immer weiter auseinander. Und ab dem ersten Halving kann man nicht wirklich davon sprechen, dass das All-Time-High ein Jahr nach dem Halving war. Wir reden immerhin von über 500 Tagen statt 365. Und das ist eine ziemlich große Abweichung. Und nicht nur das, die Abstände werden auch immer größer. Die Auswirkungen des Halvings scheinen also immer schwächer zu werden. Und woran das liegen könnte, darauf kommen wir dann später noch. Aber erstmal, wann könnte denn das All-Time-High kommen? Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wenn man einfach mal die alten Abstände auf den 15. April anlegt, also auf den 15. April in diesem Jahr. Das ist ja geschätzt der Tag des Halvings. Wenn es also kommt wie beim ersten Mal, dann wäre das All-Time-High schon ab 18. April nächstes Jahr möglich. Und wenn es so kommt wie 2016, dann wäre das All-Time-High erst einige Monate später dran, am 23. September. Und wenn man jetzt den Abstand vom letzten Halving nimmt, dann käme man sogar auf den 15. Oktober 2025. Und das ist dann auch der Termin, den man jetzt immer wieder auf YouTube hört. als den Stichtag, für den das neue All-Time-High erwartet wird. So, wenn man jetzt aber alle Termine zusammennimmt und sagt, dass das All-Time-High irgendwann mal zwischen April und Oktober kommt, dann ergebe das also ziemlich genau in der Mitte den 17. Juli und dann eben mit einer Ungenauigkeit von 90 Tagen plus und 90 Tagen minus, also mit einer Abweichung von einem halben Jahr. Und das ist ja eigentlich überhaupt keine präzise Aussage. Und damit kann man eigentlich auch wirklich überhaupt nicht planen. Jetzt kommt aber auch noch hinzu, dass die Abstände zwischen den All-Time-Highs immer größer werden. Und wenn man diesen Anstieg mit einbezieht, dann hat man hier ein bisschen das Problem, dass das überhaupt keine klare Trendlinie ergibt. Je nachdem, wie man die Säulen hier also miteinander verbindet, ergeben sich zwei ganz unterschiedliche Prognosen. Und man liegt dann im Mittel so ungefähr bei 620 Tagen. Und das wäre dann im Endeffekt nicht Oktober, sondern sogar erst Dezember des kommenden Jahres, wo wir das All-Time-Highs sehen. Also noch ganz, ganz knapp im Jahr nach dem Halving. Da würde die Theorie also gerade eben noch so hinkommen. Aber wenn man das dann weiter in die Zukunft projiziert, naja, dann ist man eigentlich nicht mehr wirklich im nächsten Jahr beim Halving. Die Theorie ist also in Wirklichkeit falsch. Und ohnehin ist das Ganze etwas wackelig, weil ja das Halving eh nur bisher insgesamt dreimal stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich ein bisschen wenig, um daraus eine Regel für die Zukunft zu machen. Man könnte also in, sagen wir mal, 40 oder 50 Jahren nochmal schauen, ob die Theorie wirklich so hinhaut oder nicht. Und weil eine Statistik mit nur drei Messwerten eigentlich auch überhaupt gar nichts aussagt, wird immer wieder noch ein zusätzliches Argument angeführt, das sich aus dem Effekt des Halvings selber ergibt. Und das ist Mythos Nummer zwei. Die Block-Rewards halbieren sich durch das Halving alle vier Jahre. Und ihr könnt ja selber jetzt mal überlegen, ob das eigentlich stimmt. Also würdet ihr da zustimmen? Und leider ist das nämlich auch falsch. Also klar, auf den ersten Blick ist das tatsächlich so. Die Rewards lagen am Anfang noch bei 50 Dollar, haben sich dann bei jedem Halving halbiert. Und ab diesem April liegen wir dann nur noch bei etwas mehr als drei Bitcoin. Also das ist tatsächlich wahr. Nur in Wirklichkeit bestehen die Block-Rewards aus der sogenannten Block-Subsidy und den Transaktionsgebühren. Nennen wir das einfach mal Fies. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen anders, weil das sind eigentlich auch meine Tipps und so weiter. Aber wir nennen es einfach Transaktionsgebühren. Das ist also das, was man bezahlen muss, damit die Transaktion durchgeht. Ja, und nur die Subsidy halbiert sich also alle vier Jahre beim Halving, aber nicht die Fies. Die Fies, die gehen sogar historisch betrachtet nach oben. Man kann also sagen, dass das Halving mit der Zeit immer weniger Wirkung haben wird, weil die Rolle der Fies nach und nach steigt. Und das sieht man hier auch in dem historischen Chart des prozentualen Anteils der Gebühren an den Rewards gegenüber der Subsidy. Vor allem am Anfang lag dieses Verhältnis noch sehr zugunsten der Subsidy. Klar, weil am Anfang haben die Miner noch ganze 50 Bitcoin pro Block bekommen. Also immerhin alle zehn Minuten sind 50 Bitcoin dazu gekommen. Und heute ist das nur noch ein Zehntel davon. Und daher geht der Anteil der Fies immer weiter hoch. Das heißt, man kann sagen, dass dieser Mythos tatsächlich auch falsch ist. Das Halving wirkt sich immer weniger auf die Miner aus, weil die Transaktionsgebühren immer wichtiger werden und die Block Subsidy, die wird immer unwichtiger. Aber trotz allem ist es ja so, dass das Angebot mit der Zeit immer kleiner wird, weil ja immer weniger neue Bitcoins rauskommen. Und das ist hier also Mythos Nummer drei. Das Angebot wird immer kleiner und deshalb geht der Preis nach jedem Halving hoch. Und ihr könnt ja auch hier mal kurz überlegen, ob das eigentlich stimmt oder nicht. Und ich lasse das jetzt mal einfach ganz kurz so stehen. Okay, also die Idee dahinter ist, dass die Miner nach dem Halving immer mehr verlangen müssen pro Bitcoin, um auf ihre Kosten zu kommen. Zudem gehen ja ganz viele Bitcoin auch noch unwiederbringlich verloren, wenn Wallets verloren gehen. Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Permabulls, die einfach immer mehr vom Markt wegkaufen, wie zum Beispiel Michael Saylor mit MicroStrategy und so weiter. Das Angebot sinkt also und das führt dann zu steigenden Preisen. Ja, und das ist leider auch falsch. Aber auch hier sieht es erst mal so aus, als wenn das stimmen würde. Also hier in dem Chart sieht man, dass der Gewinn der Miner tatsächlich mit der Zeit immer kleiner wird. Die Kurve wird ja hier oben immer flacher und das könnte tatsächlich am Halving liegen. Vor allem auch, weil es hier bei der blauen Kurve diese starken Klippen nach unten gibt. Bei jedem Halving, das heißt, nur der Bitcoin-Preis kann eigentlich der Grund sein, dass der Gewinn in Dollar, in der braunen Kurve hier, trotzdem so weit nach oben geht. Und hier ist natürlich eigentlich die Frage, ob das wirklich kausal zusammenhängt und was hier eigentlich Ursache und Wirkung ist. Aber bevor das jetzt zu philosophisch wird, gibt es noch ein ganz anderes Argument, das viel, viel wichtiger ist. Und das ist, dass ein geringes Angebot überhaupt nicht zu einem höheren Preis führen muss. Stattdessen ist erst mal die Nachfrage entscheidend. Denn wenn es keine Nachfrage gibt, dann ist es eigentlich auch egal, ob es viele oder wenige Bitcoins gibt, sodass dieses Argument also auch falsch ist. Stattdessen muss die eigentliche Frage sein, was beeinflusst eigentlich die Nachfrage nach Bitcoin am meisten von allen Faktoren. Und das ist mit absoluter Sicherheit in den letzten Monaten die Bitcoin-Spot-ETFs und die Spekulationen darum gewesen. Und in den letzten Wochen dann vor allem die tatsächlichen Zuflüsse in die ETFs, die ja in jedem Fall eine Nachfrage erzeugen. Und da sieht man hier, wie gut das geklappt hat in den letzten vier Wochen, sind also insgesamt um die 2,6 Milliarden US-Dollar neues Kapital von außen in die ganzen ETFs eingeflossen. Und das ist also innerhalb des ersten Monats alleine und damit eben auch in den Bitcoin-Preis. Und man sieht hier, dass es auch eine Menge Umschichtungen gab von Grayscale in die anderen ETFs. Aber wenn man jetzt mal wirklich alles zusammennimmt, also Abzüge bei Grayscale und Zuflüsse bei den anderen, dann sind also die 2,6 Milliarden US-Dollar wirklich von außen gekommen und keine Umschichtungen. Und das zeigt natürlich, dass tatsächlich eine Menge Nachfrage vorhanden war. Und da ist jetzt vor allem spannend, woher diese Nachfrage eigentlich kommt. Und weil das ist ja die alles entscheidende Frage, was treibt die Nachfrage nach oben und wann hört das Ganze denn auf? Weil da, wo das aufhört, da wäre ja das Top und mit etwas Glück liegt da auch das All-Time-High. Und was treibt die Nachfrage denn nach oben? Und die Antwort ist, bei Bitcoin ist das der Preis, der die Nachfrage bestimmt. Also wir kennen das ja alle, geht Bitcoin hoch, dann steigt die Nachfrage und wenn Bitcoin runtergeht, dann interessiert sich wieder kein Schwein mehr dafür. Und das ist also ein bisschen paradox und irgendwie scheinen die normalen Marktgesetze für Bitcoin auch nicht so richtig zu gelten. Normalerweise bestimmt ja die Nachfrage den Preis. Man weiß ja, also Preis ist Nachfrage und Angebot. Und bei Bitcoin ist das jetzt offenbar umgekehrt. Und der Preis bestimmt also bei Bitcoin die Nachfrage und dann bestimmt auch gleichzeitig die Nachfrage den Preis. Und das stimmt dann auch nicht so ganz, dass bei Bitcoin die Marktgesetze außer Kraft gesetzt wären. Also zum Beispiel, weil Bitcoin jetzt so revolutionär ist oder vielleicht sogar, weil die Gesetze des traditionellen Marktes bei Krypto einfach nicht gelten. Nee, also stattdessen ist das einfach ein Merkmal einer Spekulationsblase. Wenn steigende Preise zu mehr Nachfrage führen, anstatt zu weniger Nachfrage. Also normalerweise müsste ja etwas, das teurer wird, automatisch zu weniger Nachfrage führen. Und bei Bitcoin ist das eben nicht so. Und man nennt es dann eben auch ganz einfach FOMO oder Fear of Missing Out. Und wie kann man diese FOMO jetzt ziemlich gut einschätzen? Also wo wir jetzt FOMO mäßig gerade so stehen. Und das ist meiner Meinung nach die eine Metrik, auf die man sich nach zur Zeit konzentrieren sollte. Anstatt auf den Halving Zyklus. Und zwar ist das, wie oft auf Google nach Bitcoin gesucht wurde. Und das ist aktuell tatsächlich nicht viel mehr als sonst auch. Also man sieht hier schon irgendwie einen Anstieg im Januar. Das ist klar. Aber wenn man sich mal anschaut, wie das im letzten Bullenmarkt so war, dann haben wir aktuell kaum ein nennenswertes Suchvolumen im Vergleich. Und das heißt, die Nachfrage kommt sehr, sehr wahrscheinlich nicht von Retail-Investoren. Es scheint eher so zu sein, dass die Zuflüsse mehr aus dem institutionellen Bereich kommen. Das ist super unwahrscheinlich, dass Retail-Investoren Bitcoin kaufen, ohne vorher mal den Preis zu googeln. Und daher sind das also eher Fondsmanager oder Vermögensverwalter oder so, die aktuell kaufen. Und es scheint also eher so zu sein, dass die ganze Vertriebsmaschine um die ETFs gerade erst losgeht und Retail jetzt erst langsam einsteigen wird. Also entweder die ETFs sind für normale Investoren überhaupt nicht spannend und wir haben uns dann alle geirrt. Oder es ist so, dass der Vertrieb noch gar nicht richtig losgegangen ist und Retail eben erst später noch kommt. Und das ist etwas, was ich in den nächsten Monaten sehr, sehr genau beobachten werde. Und vor allem, weil wir jetzt gerade eine sehr wichtige psychologische Marke durchbrochen haben. Und das ist die 50.000 Dollar Marke. Weil das sind so diese runden Zahlen, die dann in den Medien dafür sorgen, dass wieder über Bitcoin berichtet wird. Und dadurch startet die Retail-Fomo meistens dann erst so richtig. Weil das geht dann irgendwie so im Kopf. Also wie jetzt? Bitcoin ist wieder so weit oben und ich dachte, Bitcoin wäre jetzt gecrashed und wäre weg. Und wo war der eigentlich nochmal damals, als ich das letzte Mal geguckt habe, so auf 20 oder auf 10 oder auf 5? Keine Ahnung. Aber kann ich da jetzt irgendwie noch rein? Und der hat ja schon mal so ein 10x hingelegt. Vielleicht bin ich ja nicht zu spät dran. Und dann, dann geht das Google-Suchvolumen hoch. Und jetzt, wo wir über 50.000 sind, sind auch all diejenigen endlich im Plus, die in die ETFs direkt am Anfang eingestiegen sind. Die ETFs sind also jetzt endgültig eine Erfolgsgeschichte. Und das war ja vorher so ein bisschen schwierig zu verkaufen, den Erfolg von Bitcoin, wenn jeder einzelne, der in den ETF eingestiegen ist, auf einem fetten Verlust rumsitzt. Und ich glaube, dass das noch viel extremer wird, wenn wir erstmal das All-Time-High antesten oder sogar, wenn wir jetzt auf die 100.000 gehen würden. Aber da sind wir natürlich jetzt noch lange nicht. Und jetzt wird es erstmal super spannend, an wen BlackRock und Co. eigentlich genau aktuell verkauft haben. Wenn es jetzt nicht Retail ist, und da freue ich mich schon drauf, wenn sie irgendwann mal Informationen über ihre ETFs veröffentlichen, also wer jetzt gekauft hat und wo wir eigentlich so stehen im Vertrieb. Wenn jedenfalls das Suchvolumen in den nächsten, sagen wir, sechs bis neun Monaten nicht hochgeht, dann wäre das für mich ein sehr, sehr ernster Kontraindikator. Und dann sehe ich auf jeden Fall kein All-Time-High mehr im nächsten Jahr, weil einfach kein Retail-Interesse da ist. Und die ETFs, die wären dann eben leider auch ein Flop gewesen. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass wir sehr viel früher als im Oktober nächstes Jahr ein All-Time-High sehen würden. Und ich würde sogar sagen, dass es möglicherweise noch dieses Jahr kommt und dass das auch überhaupt gar nichts mit dem Having zu tun hat, sondern eher mit der FOMO und der Spekulationsblase, die um diese ETFs entstehen könnte. Und deshalb habe ich für mich auch beschlossen, aktuell keine Hebelpositionen aufzumachen auf Bitcoin, weil zurzeit viel zu wenig Informationen über den ETF vorliegen. Es ist eigentlich völlig unklar, was hinter den Zuflüssen, die gerade laufen, steckt. Und Retail ist das sehr, sehr wahrscheinlich eben noch nicht. Und wenn sich das mal ändert und es da mehr Infos gibt, dann gehe ich vielleicht auch wieder in einen kurzfristigen Trade rein und dann mache ich auch ein Video darüber. Und dennoch habe ich auf jeden Fall in meinem Portfolio auch einen sehr großen Teil Bitcoin ganz normal zum Hodeln, also nicht zum kurzfristig Traden. Ich finde, in jedes Krypto-Portfolio gehört Bitcoin rein, weil bei Bitcoin ist es so, Bitcoin ist nur so lange eine Blase, bis wir es einmal richtig brauchen. Und das Fiat-System ist gerade auf dem allerbesten Weg dahin. Und in diesem Sinne erstmal alles Gute, bis bald. Tschüss.